So, die letzten Tage genießen wir unser letzter Fahrrad mit Lufung Arme. Ja, heute kommt noch keines mehr. Fuhrer, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Fahrräder wieder reparieren, Gott sei Dank. Fuhrer hatte beim Ritzler Probleme. Ich rauche natürlich, aber jetzt auch mal behoben. Das hat sich diesen Weg an, Leute. So schön. Einmalig. Richtig herbstnetter. So, Leute, ich zeige euch ein bisschen, wie der Fahrrad beschleunigt. Habts lange nicht mehr gesehen, jetzt 40 km a. Und zack. 3 Sekunden auf 40 km a, Leute. Auf 50 km a, Leute. Auf 50 km a, Leute. Auf 50 km a, Leute. Wuhuuu. Also, wenn's gehen würde, würde ich 80 km a machen, aber das packt den Motor nicht. Ja, viele schreiben mir, dass es nicht gut für den Motor ist. Aber das ist blödsinn, Leute. E-Bike hat 5 Gänge. Mit Speirefazier nur 3 Gänge. Wieso soll ich den restlichen 2 Gängen nicht nützen? Also, jeder für sich, Leute, ja? Ja, mit Fazit für den Motor. Was sagst du denn, Chip? Hat sich ausgeteilt, oder? Ich hab auch gesagt. Also, jeder für sich. Aber, wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, dann würde ich 80 km a machen. Ja. Ich hab auch gesagt. Ich hab auch gesagt. Ja. Für mich. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.